Sita hat recht gehabt, zuerst diese Türe zu öffnen und dann extra hochlaufen und an die Türe zu gehen. Jetzt können wir essen. Giorno heute Morgen mit Krebs, mal etwas anderes und kein Gipfeli. Der Bus kommt dann bald von dieser Seite. Setti, mal gucken. Ah, danke, sehr informativ. Reparto, 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 reparto. Let's go, Cagliari. Und wir sind jetzt in Cagliari. Geschafft, geschafft. Wow. Uuuu. Also ich bin sicher, das ist nicht die Farbe, die das Brot haben sollte. Wir sind jetzt mitgekaufen, um Mittag zu essen. Mittag time. Am, 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 am. Wir laufen jetzt zum Park. Ah, ah ja, danke. So, da sind wir. Wunderschön, ruhig, idyllisch. Und jetzt essen. Also du kommst mir sehr frech rüber. Du bekommst nichts. Nein. Ra, ra. Gib mir ein wenig Essen. Ra. Ra, 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 ra. Die Vögel kommen. Oh mein Gott, ich bin umzingelt. Wir sind umzingelt. Nein, der ist sogar im Gebiss. Hä? Besteckt er sich im Gebiss? Wo? Ja. Und jetzt Richtung Hotel fahren. So, Check-in gemacht. Check-in. Check-in. Und jetzt zu der nächsten Führung. Check-in, yes. Unser Guide sagt, es gibt 5 Millionen Schafe hier in Sardinien. Menschen gibt es eineinhalb. Da sind wir. Super alte Ruinen, die nur Arsch heissen. acc da aus. Wir haben einen kleinen Brücken. Wenden Sie noch ein paar Zcers. Z Collins. Wir werden uns behalten. Los geht es. 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 Und hier haben wir immer noch Wasser nach 3000 Jahren. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und hier haben wir wieder zurück. Und hier haben wir wieder zurück. Wir sind jetzt da und essen eine Pizza. Ja, am, 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 mal etwas anderes. So und das ist jetzt unser Zimmer. Und hier haben wir wieder zurück. 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 Einfach mal zusammen. Blablabla